Ich verhüte mit der Hormonspirale, weil das für mich die Verhütungsmöglichkeit war, die am geeignetsten war. Ohne irgendetwas Hormonelles habe ich sehr heftige Tage, sehr lange. Ich hatte z.T. sieben Tage oder länger und drei Tage heftige Bauchkrämpfe. Für mich war das etwas, das ich mit Hormonen behandeln musste. Für mich war die Hormonspirale die Lösung, weil es die geringste Hormondosis hat. Direkt vor Ort wirkt und auch sehr lange nicht mehr darüber nachdenken musst, weil du diese fünf Jahre drin hast. Ich bin zum ersten Mal zum Frauenarzt und hatte dort zuerst die Pile. Das hat mir aber nicht so gepasst. Darum habe ich jetzt die Spirale und da habe ich gar keine Probleme. Ich finde es super, ich muss nicht an viel denken. Ich habe die Spirale drin. Genau. Es ist jetzt schon die zweite. Ich habe einmal drei Jahre Spirale und jetzt die fünfjährige Spirale. Und ich habe damit super Erfahrungen gemacht. Darum habe ich es auch immer noch. Und ja, mir passt das sehr gut. Fast her. Smart her. Strong her. Fast her. Fast her. Baby Sharp. Vielen Dank.